Wir gehen jetzt frühstücken. Hey, wo bist du? Hallo. Also wir wollten jetzt eigentlich Frühstück suchen, aber Korn führt uns jetzt wieder durch ganz Korea und dann haben wir halt diesen kleinen süßen Stream da gefunden. Oh, ist grün? Ja. Weil wir jetzt in Korea sind, tut Korn so, als wären wir in einem K-Drama. Wow, so süß. Wer hat wieder nicht richtig kurz? Du? Ah, hier steht... Guck mal, Leute. Selbst wenn man kein Koreaner versteht, weiß man aber, dass das Rot hier bedeutet geschlossen. Wo ist mein Finger? Da ist mein Finger. Da. Jetzt darf man wieder den ganz Weg weiter zurücklaufen. Sind wir 200 Meter geredet? Nein, das ist ein Safe 600. Mann, ey. Ich glaube, ich mache jetzt den Plan. Ja, so tu jetzt was, Thomas. Ja, ich mache auch. Oh, wow. 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 Was ist gut, dein Ers Seido? Macht Spaß hier. Okay. Gar nicht gelogen oder so. Korn ist jetzt da drüben und will das Squid Game Spiel mitspielen. Kurzer Update. Die haben das Spiel weggenommen. Er wartet da wie ein kleines Kind. Red Beaten Melon. So eine große Wohnung. Oha! Und wie ist sie? Das ist so geil, ne? Oh, cool! Wir sind jetzt in so einem Karo-Raum. Wir sind hier. Wir sind hier. Ich komme zum nächsten Mal. Wir sind hier. Wir gehen hierhergelsch. Wir sind hierhergelsch. Wir sind hierhergelsch. Wir sind hierhergelsch. das ist ganz schön ja und das ein das ist so schön Wow, Corn, oh nein, oh nein, oh nein, ich dachte, das ist was Normales, was das? Wow, du bist aber nett, und du so, Happy Birthday, keine Ahnung, da du bist, aber Happy Birthday. Wir haben uns jetzt Produkte zu kaufen, und wir haben uns jetzt erst ein bisschen das nehmen. Bye. Und? Wie die, wie wir gemacht haben? Nein. Gar nicht? Anders? Ehrlich? Feel the color. Nein, hast du nicht gesagt. Hast du nicht gesagt. Probier. Okay. Okay. Ich hab die einmal schon bei uns gegessen, und dann auch bei jedem zweimal, also muss das ganz hecke sein. Kannst du noch mal probieren? Gaia? Äh, äh. Heiß? Mhm. 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 Und Insichu, ja. Mhm. Du hast mal eingeholt. Erstmal probieren. Okay. Du kannst immer noch noch einkaufen. Mhm. Okay. Willst du aufessen und alleine einkaufen? Ja. Hm. Mhm. 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 Probier? Ja. Ah, da muss direkt eine Erdbeer bekommen. Da muss ich leider noch den hier essen. Dann muss ich hier auch eine Erdbeer haben. Hallo? Haben wir Essen? Hallo? Wie eine Reaktion haben. Haben wir Essen? Wie glasierte Apfel. Ja, doch. Wir haben ja gar nicht rot gemacht. Warte, warte. Soll ich das essen? Kommt noch was? Das ist aber krank. Lekker. Also besser als Apfel. Als liebes Apfel. Aber das ist auch nicht so extrem. Wie kommt das noch vor? Nee, das ist echt süß. Ja, das ist wirklich lecker. Besser? Ja. Wo geht du nochmal? Warte? Ja, von ein Stück. Ja, ja. Wie nimmst du den? Oder nimmst du einen Koffi? Nimm Koffi. Achso, wer macht das? Nee, ich glaub ich nimm das hier. Das war's! Wie Limisch? Sieh? Nicht richtig. Das war's! Mein Gregg. Der ist ein kleines Hecht. Noch, ein kleines Hecht. Na, das war das nicht. Das war's.